Wie investiert einer der reichsten und mächtigsten Menschen der Welt sein Geld? Wir sprechen von Bill Gates. Bill Gates ist der Gründer von Microsoft oder der Mitgründer von Microsoft und hat natürlich ein beachtliches Vermögen sich angesammelt. Er ist natürlich immer noch zu einem beachtlichen Teil in Microsoft investiert, aber mittlerweile die Hälfte, sogar mehr als die Hälfte seines Vermögens, hat er abseits von Microsoft investiert. Und genau da wollen wir jetzt mal reinschauen, wo das Geld genau steckt, wie er es investiert hat, mit einem klaren Fokus auf Unternehmen, die auch du als Privatinvestor dich beteiligen und investieren kannst. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Also, Bill Gates. Ich glaube, man muss nicht mehr viel zu dieser Person sagen. Jeder kennt ihn oder zumindest jeder, der sich diesen Kanal anschaut, ist sich ganz klar bewusst, wer Bill Gates ist. Da will ich gar nicht so viel Zeit verlieren. Aber es ist gar nicht so einfach herauszufinden, wo das Geld von Bill Gates liegt. Zu einem bestimmten Teil natürlich schon, weil er hat ja mit seiner damaligen Frau eine Stiftung gegründet, die Bill und Melinda Gates Foundation. Und da diese Stiftung natürlich auch die ganzen Zahlen offenlegen muss, haben wir einen klaren Einblick. Natürlich liegt nicht das ganze Geld in dieser Stiftung. Das sind aktuell etwa 42 Milliarden US-Dollar. Ein grosser Teil liegt natürlich auch sonst irgendwo noch investiert in Beteiligungsgesellschaften, Cascade zum Beispiel, wobei auch Cascade natürlich Teile direkt in die Stiftung investiert. Also es ist ein relativ komplexes Konstrukt. Aber man kann sicher sagen, dass er sehr breit diversifiziert ist. Also zum einen ist Bill Gates der grösste Ackerlandbesitzer der USA. Also er hat sehr viele Landwirtschaftsflächen aufgekauft in den letzten Jahren. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Investment. Es wirft vielleicht auf Jahresbasis nicht die höchsten Renditen ab, aber es ist natürlich ein sehr langfristiges Investment, das sich wahrscheinlich über viele Generationen auch seinen Nachkommen natürlich auszahlen wird. Nichtsdestotrotz hat er natürlich auch einen beachtlichen Teil in Aktien investiert und das soll jetzt der Fokus sein dieses Videos. Wir beschränken uns jetzt einfach mal auf die Investments, die Bill Gates zusammen mit seiner Ex-Frau in die Stiftung eingebracht hat und wie diese Investments aktuell aufgestellt sind. Hierzu möchte ich euch mal hier diese Zusammenstellung zeigen. Und zwar sehen wir hier eigentlich die 23 Positionen, die gehalten werden durch eben diese Bill und Melinda Gates Foundation. 42 Milliarden US-Dollar habe ich bereits gesagt. Wir gehen jetzt nicht durch jede Position durch. Ich möchte mit euch ganz kurz dann einfach schnell die fünf grössten Positionen abgleichen, wie diese aktuell dastehen, wie diese auch in den letzten Jahren performt haben. Aber gehen wir doch einfach mal schnell ein. Also es überrascht niemanden, Microsoft die grösste Position, etwa 32 Prozent des Portfolios macht das Ganze aus. Danach folgt Berkshire Hathaway mit etwa 20 Prozent, als eine Holding-Versicherungsgesellschaft. Ja, denke ich auch, dass jeder das Unternehmen kennt. Sehr bekannt, sehr beliebt auch bei Investoren. Canadian National Railway ist dann die drittgrösste Position. Da wird es schon spannend. Es sind etwa 16 Prozent vom Portfolio. Das ist eine Eisenbahngesellschaft, die hauptsächlich in Kanada, Nordamerika unterwegs und tätig ist. Ich habe das Unternehmen auch schon auf meinem Kanal vorgestellt. Schau doch mal danach. Ich habe eine ausführliche Aktienanalyse gemacht zu dem Unternehmen. Ebenfalls Waste Management findet ihr auch auf meinem Kanal. Das ist ein Unternehmen, das im Abfallwesen, Abfallmanagement unterwegs ist. Auch ein sehr spannendes Investment mit einem sehr hohen Burggraben. Es sind etwa 15 Prozent des Portfolios. Und dann folgt Caterpillar, ein Unternehmen, das Baumaschinen herstellt, mit etwa 4,3 Prozent vom Portfolio. Also ihr seht dann auch die weiteren Positionen, die kommen dann sehr schnell in einen Bereich rein, wo es ein Prozentual nicht mehr so gross ins Gewicht fällt. Das sind wirklich hier die vier, fünf grössten Unternehmen, die auch den Hauptanteil der Performance dieser Stiftung schlussendlich ausmacht. Natürlich haben wir dann auch so Namen drin wie Ecolab, Walmart, was kennt man hier noch? Natürlich United Partial Services, also UPS, Kraft Heinz, Danaher, Formal, Anheuser-Busch. Also wirklich viele bekannte Unternehmen. Was auch auffällt, ist, dass das natürlich Qualitätsunternehmen sind. Also es sind keine Unternehmen, die, ja ich sage mal, die klassischen Wachstumsunternehmen, die vielleicht noch Verluste machen und jetzt von der Bewertung her relativ schwierig zu handhaben sind, sondern das sind etablierte Unternehmen, die bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten Profite machen. Und das schauen wir uns jetzt genau mal an. Gleich mal ein Beispiel Microsoft. Microsoft, das liegt auf der Hand, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, hier auf der Gewinngrafik, ich blende das Ganze mal aus, die Gewinne haben sich wahnsinnig gut entwickelt. Jetzt im letzten Jahr gab es eine Stagnierung der Gewinne, aber es ist auch völlig normal, dass hier mal so ein gewisser Peak auftritt. Die Umsätze sind gestiegen, was aber noch viel wichtiger ist, die Margen sind sehr stark angestiegen. Wir haben bei Microsoft jetzt eine operative Marge von über 40%, eine Nettomarge von 34%. Also es ist ein unglaublich profitables Unternehmen, eine unglaubliche Cash-Cow. Das Ganze zeigt sich auch auf der Bilanzsituation von der Verschuldung her. Absolutes Top-Unternehmen mit sehr viel Sicherheit. Also unabhängig davon, dass er natürlich der Mitgründer von Microsoft ist, ist es ihm nicht zu verüblen, dass er hier sein Geld investiert. Das Unternehmen zahlt, kauft auch immer wieder laufend Aktien zurück. Somit ist das Ganze natürlich auch aus steuertechnischen Gründen sehr interessant für ihn. Wenn wir uns den fairen Wert anschauen, sehen wir einfach aktuell, dass das Unternehmen kein Schnäppchen ist, muss man so sagen. Nach der ganzen Situation hier von 2021 bis Anfang 2023 hat die Aktie sehr stark korrigiert. Wir sind dann da in einen fairen Bereich reingefallen. Ich würde sagen, man muss die Aktie fairerweise sogar etwas anders bewerten, vielleicht nur bis zum Zeitraum 2017. Dann wäre hier sogar zeitweise eine Unterbewertung über ein paar Monate ersichtlich gewesen, wo sicher ein Einstieg sehr gut geeignet gewesen wäre. Schauen wir uns das Ganze aber mal an. In den letzten zehn Jahren, ganz grob betrachtet, was hätte man hier verdient? Man hätte eine jährliche Rendite von Sagenscheibe 26% erzielt, wenn man in die Microsoft-Aktie investiert hätte. Und daher kommt natürlich das beachtliche Vermögen von Bill Gates. Könnt ihr euch das mal vorstellen. Der Zinsessenseffekt von diesem Investment ist einfach unglaublich. Aber wir schauen jetzt noch die anderen Unternehmen mal kurz an, Berkshire Hathaway. Das ist die B-Aktie, also nicht die teure, wobei das jetzt kein Problem wäre für Bill Gates, wenn er hier auch die A-Aktie kaufen würde, weil die hätte jetzt hier einen Wert von mehr als einer halben Million US-Dollar. Er hat jetzt im Portfolio aber die B-Aktie. Hoppala, das schauen wir uns hier nicht an. Genau, gehen wir auch hier wieder in den Qualitätscheck. Wir schauen uns den bereinigenden Gewinn an. Auch hier sehen wir natürlich, dass der Gewinn sehr stark angestiegen ist von Berkshire. Die Umsätze sind auch stark angestiegen. Zuletzt gab es hier gewisse Schwankungen. Ist natürlich auch ein Mischkonzern, ein Versicherungskonzern. Ist immer etwas schwierig hier, gerade auf der Umsatzseite, das Ganze zu beurteilen, auf der Margenseite. Aber langfristig kann man sagen, die Margen haben sich gut entwickelt. Die Umsätze und die Gewinne haben sich gut entwickelt. Auch auf Bilanzseite sieht man überhaupt keine Probleme. Zuletzt gab es Aktienrückkäufe. Das ist natürlich auch ein sehr tolles Investment. Und natürlich deshalb in der Community auch sehr beliebt als Investment für Qualitätsanleger. Wir sehen aber, dass wir natürlich keine Dividende ausbezahlt bekommen. Also wir Dividendeninvestoren natürlich nicht interessant. Also, was hätte man hier in den letzten 10 Jahren für eine Rendite erzielt? Das wäre plus, minus, kann man sagen, etwa 12% pro Jahr. Also durchaus auch eine sehr stolze Rendite, die man hier erzielt hätte. Und aktuell muss man auch sagen, dass das Unternehmen vom Gemessen am Gewinn, das man erzielt, am bereinigten Gewinn, ist die Aktie durchaus auch attraktiv bewertet. Also selbst jetzt für, ja, ich sage mal, für Privatanleger wie euch, wenn ihr euch überlegt, Bergscher zu investieren, ist jetzt eigentlich ein Moment, wo man sagen kann, rein fundamental, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt von der Chart-Perspektive, von der technischen Analyse gute Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeiten hätten, wäre das Unternehmen bestimmt nicht komplett überbewertet, vielleicht leicht überbewertet, aber sicher nicht drastisch. Also wir sind eher in einem fairen Wert, in einem fair bewerteten Bereich. Okay, also auch das war ein spannendes Investment. Canadian National Railway, Eisenbahn, das ist doch langweilig, da kann man doch kein Geld verdienen. Schauen wir uns das mal an. Canadian, ich gebe das hier mal ein beim Aktienfinder. Kleinen Moment. Hier haben wir es, Canadian National Railway, auch das ein Unternehmen, das ich bereits analysiert habe auf meinem Kanal. Also wenn du hier Detailinformationen haben willst, schau dir mal die Aktienanalyse dazu an. Du findest die auf meinem Kanal und da sehen wir auch schön steigende Gewinne, sehr konstant steigende Gewinne, ohne allzu grosse Einbrüche. Selbst hier während der Corona-Krise ging es nur ganz leicht zurück. Die Umsätze gehen erhoben, die Margen gehen erhoben, auch bilanztechnisch kein Problem. Klar hat man hier etwas mehr Schulden, das ist natürlich ein kapitalintensives Business, aber für das ist es eigentlich absolut in Ordnung. Also wir haben auch, wenn man jetzt die Tilgungskraft ins Verhältnis setzt, gerade vom Free Cash Flow zu den Verzinsen Schulden, sehe ich hier kein Problem, weil man könnte seine Schulden, wenn jetzt die Zinsen wirklich stark nachhaltig ansteigen, natürlich auch relativ schnell wieder tilgen. Es gibt auch hier Aktienrückkäufe, wir haben aber zusätzlich auch eine Dividende, die liegt jetzt hier irgendwo bei doch schon 2% Dividendenrendite. Zusammen mit Aktienrückkäufen ist das natürlich eine sehr starke Kombination. Wie ist die Aktie aktuell bewertet? Die Aktie ist aktuell eigentlich aus fundamentaler Sicht relativ fair bewertet. Auch da wieder, es gab eine Korrektur. Die Aktie hat jetzt von ihrem Hochpunkt 12% korrigiert, das ist es nicht, weiss nicht was. Aber wir sehen auch, dass die Aktie eigentlich immer nicht allzu grosse Schwankungen hat. Natürlich gibt es Schwankungen, wie bei jeder Aktie, aber die sind jetzt nicht in diesem Bereich von 30, 40, 50%, sondern eher, ich sage mal jetzt hier, von diesem Punkt hier gibt es auch mal ein Korrekturpotenzial von 20%. 2017 bis hier 2018, das waren hier 12%. Also man sieht, die Aktie schwankt wesentlich weniger stark als jetzt andere, ich sage mal, Wachstumsunternehmen. Also, und jetzt wird es natürlich interessant, ja, lässt sich dann hiermit auch Geld verdienen. Gehen wir mal auch hier wieder 10 Jahre zurück, ungefähr. So muss man es machen, genau. Dann hätte man auch hier aufs Jahr etwa 11,4% Rendite erzielt. Also mit Dividenden, alles zusammen. Auch das natürlich eine ordentliche Rendite, muss man so sagen. Für ein relativ konstantes Businessmodell, absolut interessant. Also, dann haben wir noch Waste Management. Auch das, ein Unternehmen, relativ langweilig. Man beschäftigt sich mit dem Thema Abfall, Recycling, lässt sich da Geld verdienen. Ist das nicht komplett uninteressant? Schauen wir uns auch das mal ganz kurz an. Waste Management, hier haben wir das Unternehmen. Auch da sehen wir wunderbare Entwicklungen beim Gewinn. Wenn wir uns den bereinen Gewinn anschauen, der steigt kontinuierlich an. Wir sehen auch, die Umsätze steigen an. Die Margen entwickeln sich über lange Zeit sehr attraktiv. Wir haben von der Schuldenthematik natürlich eher, auch wieder ein bisschen mehr Schulden, auch ein kapitalintensives Business. Aber aufgrund dessen, dass man so profitabel ist, ist überhaupt kein Problem. Man kann seine Schulden in absehbarer Zeit zurückzahlen. Man hat auch Aktienrückkäufe, wo man theoretisch mal ein bisschen pausieren könnte, um seine Schulden zurückzubezahlen, wenn die Schulden jetzt ansteigen sollten, etc. Also auch hier Top-Qualitätsunternehmen. Vom fairen Wert, ich habe das Unternehmen auch schon analysiert, wo wir bereits festgestellt haben, dass die Aktie eher ein bisschen teuer war. Jetzt gab es mal wieder eine kleinere Korrektur, aber noch nicht wahnsinnig stark. Aber ich würde mal sagen, zumindest mal ein Teil dieser Überbewertung wurde bereits wieder abgebaut. Wir sind aber nach wie vor eher etwas stolz bewertet. Wenn wir uns jetzt die letzten zehn Jahre anschauen, ungefähr hätte man mit der Aktie 15% Rendite aufs Jahr gemacht, inklusive Dividende. Und das ist natürlich auch wirklich interessant. Viele Leute setzen ja wirklich auf diese Wachstumsunternehmen, um eine Überrendite zu erzielen. Also Technologie, Biotech und das ist auch alles schön und gut. Das ist gerade im Technologiebereich absolut wichtig, dass man solche Unternehmen in seinem Portfolio hat. Aber als Gegengewicht gibt es tatsächlich Unternehmen, wir haben jetzt einige gesehen, die es schaffen, zweistellige Renditen über den Zeitraum von zehn Jahren im Durchschnitt zu erzielen. und die das Ganze relativ krisensicher aufgestellt ist, mit einem hohen Burggraben, wo man einfach auch sagen muss, das sind oftmals Unternehmen, wo es auch nicht so schnelllebig sind, also wo man jetzt nicht allzu schnell verdrängen kann. Die sind sehr etabliert, sehr lange am Markt. Und das kann wirklich ein guter Gegenpol sein zu diesen techlastigen Aktien, die man in seinem Portfolio hat. Und diese Kombination aus so verschiedenen Geschäftsmodellen machen ein Portfolio sehr, sehr krisenresistent und stabil. Und da muss man jetzt einfach sagen, dass wenn man sich alle oder die meisten der Unternehmen anschaut, die hier in diesem Portfolio sind von Bill Gates, sind das oftmals genau solche Qualitätsunternehmen. Klar, er hat auch einen separaten Ast, wo er Geld anlegt in Startups, in Risikokapital etc. Ganz logisch, das gehört auch dazu. Aber für uns als Privatanleger, wo wir vielleicht nicht unser Geld in zehn verschiedenen Assetklassen diversifizieren, macht es einfach Sinn, solche Qualitätsunternehmen anzuschauen und da zuzugreifen, wenn wir wieder attraktive Bewertungen sehen. Die letzte Aktie, damit wir auch wirklich diese fünf Stück zusammen haben, ist Caterpillar. Hier wirklich schon von der Beteiligung her eher kleineren Anteil mit 4,3% am Gesamtportfolio. Aber die scheinen uns auch noch an, weil da haben wir wieder ein bisschen ein anderes Businessmodell. Wie schon gesagt, man produziert hier Baumaschinen, aber auch Maschinen für die Landwirtschaft unter anderem. Auch interessant, wir haben ja gehört, dass Bill Gates der grösste Ackerlandbesitzer ist. Er ist in einige Unternehmen auch investiert, die hier genau Maschinen auch herstellen. Also es ist wie ein geschlossener Kreislauf. Sehr interessant. Der Qualitätscheck zeigt uns jetzt hier bei Caterpillar auch hier steigende Gewinne, aber das nicht schnurgerade. Also da sehen wir wirklich mal, dass die Gewinne relativ stark schwanken. Ein sehr zyklisches Unternehmen, wenn die Bauwirtschaft, wenn die Wirtschaft allgemein leidet, dann leidet oftmals auch der Gewinn der Aktie und das sehen wir dann auch im Aktienkurs. Also das ist ein Unternehmen, schon ein bisschen anspruchsvoller, muss man schon ein bisschen mehr wissen, was man macht. Kann man nicht jederzeit kaufen, sollte man eher kaufen in einer Phase, wo das Unternehmen ein bisschen korrigiert hat, wenn man dann auch wirklich langfristig investiert bleiben will. Wenn man nur kurzfristig von einer Bewegung profitieren will, kann man natürlich diese Aktie auch am Allzeithoch kaufen, kein Problem. Muss man einfach mit einem aktiven Risikomanagement arbeiten, weil man weiss, es gibt einfach grosse Schwankungen. Aber grundsätzlich ist das Unternehmen über lange Zeit, es wächst auch die Margen, die steigen weiterhin noch an. Die Umsätze wachsen, auch von der Verschuldung her, ist es in einem gesunden Rahmen noch. Auch hier sehr kapitalintensiv natürlich, aber absolut gesund, keine grossen Probleme, keine grossen Goodwills, Aktienrückkäufe. Immer wieder das gleiche Muster, das wir sehen bei diesen Unternehmen. Und wir sehen, die Aktie aktuell nicht überbewertet, ist eigentlich eher fair bewertet. Sehen aber einfach, dass wir jetzt vielleicht langsam wieder in einen Zyklus reinkommen, was dann durchaus ein bisschen schwieriger werden könnte, wenn jetzt eine Rezession einbricht, auch in den USA weniger investiert wird. Das ist jetzt hier auch schon ein bisschen prognostiziert. Also für das Jahr 2026 geht man hier eher von einem Rückgang, einem Gewinnrückgang aus. Also zumindest mal das Wachstum soll eher rückläufig sein. Dementsprechend ist jetzt auch Stand heute hier das Renditepotenzial, wahrscheinlich von all diesen vorgestellten Aktien, eher am kleinsten. Sollte hier aber nochmal eine ordentliche Korrektur kommen, dann wird das natürlich unglaublich interessant. Selbst jetzt sind wir nicht überbewertet, aber sind natürlich nicht an einem absoluten Korrekturtief. Aber das muss es ja auch nicht immer sein, wie ich gesagt habe. Auch hier schauen wir uns mal an, die letzten zehn Jahre ungefähr, geht es hier mal zurück, bis im Oktober 2013, bis heute, hätte die Aktie aufs Jahr 15% Rendite einen beschert. Also wirklich auch ein Top-Investment, aber etwas schwankender, etwas anspruchsvoller, etwas zyklischer. Nichtsdestotrotz hat es natürlich absolut eine Berechtigung, in diesem Portfolio zu sein. Also, vielleicht abschliessend, was sind das für Unternehmen? Das sind Qualitätsunternehmen, das sind Unternehmen, die gibt es schon sehr lange, das sind Unternehmen, die haben auch eine Berechtigung, dass die wahrscheinlich noch viele Jahre am Markt bestehen bleiben. Man hat oftmals eine Marktführerschaft inne, man hat hohe Buickgräben, also man kann das Unternehmen nicht mehr so schnell von der Spitze verdrängen. Das sind wirklich Unternehmen, die sehr interessant sind. Ich sage jetzt nicht, dass man jetzt nur solche Unternehmen im Portfolio haben muss, aber gerade so als Stabilität, als vielleicht das Hauptgewicht in einem Portfolio, macht es durchaus Sinn, solche Unternehmen sich anzuschauen. Aber eben schlussendlich liegt die Rendite, der Gewinn auch im Einkauf, wo man einfach bei gewissen Geschäftsmodellen erkennen muss, hey, ich habe ein zyklisches Geschäftsmodell, ich kann die Aktie nicht zu jedem Moment kaufen. Und das hat hier die Stiftung von Bill Gates und Melinda Gates sehr gut gemacht. Also ich habe hier schon Zahlen gehört, dass man in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt zwischen 11-12% Rendite pro Jahr erzielt hat. Das sind genau etwa diese Renditen, die wir jetzt hier bei diesen Top-Unternehmen gesehen haben. Also von dem her gesehen, Stoppicking kann durchaus Sinn machen, wenn man hier auf die richtigen Qualitätsunternehmen achtet. Also, ich gehe jetzt auf die weiteren Unternehmen gar nicht mehr ein, ihr könnt euch das selbst mal anschauen. Was hier alles noch Spannendes dabei ist, ist durchaus auch mal interessant zu sehen, was kommen hier für neue Unternehmen rein, hier bei den Aktivitäten, was wird hier umgeschichtet, kann man mal schauen. Aber man muss einfach aufpassen, dass man jetzt nicht überbewertet, weil nur weil hier mal eine Aktie verkauft wird, heisst das nicht, dass das Unternehmen schlecht ist. Das hat natürlich viele, viele Gründe, steuertechnisch, etc. von dem her gesehen. Aber einfach mal so als Big Picture, denke ich mal, ist es sehr interessant, mal zu sehen, wo das Geld steckt von Bill Gates. Aber eben, das ist nur die eine Seite der Medaille, die andere Seite, viele Dinge sehen wir natürlich nicht, werden auch nicht bekannt gegeben. Aber Fazit, er ist sehr breit diversifiziert. Immobilien, Landflächen, Aktien, Rohstoffe, das gehört schlussendlich in jedes Portfolio. Wenn du wirklich sehr, sehr viel Vermögen hast, dann kommst du da nicht drum rum. Also, ich hoffe, diese Übersicht hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, kann ich auch mal vielleicht zu anderen Personen mal ausfindig machen, wie die Geld investieren, abseits von ihren selbst gegründeten Unternehmen. Schreibt mir das unten in den Kommentaren ein, ob das für euch interessant ist. Wenn du für dich wissen willst, wie du ein gutes Portfolio aufbauen kannst, wie du solche Aktien findest, die auch wirklich eine Überrendite versprechen, dann schau mal vorbei auf www.matthiaschristen.com. Melde dich an für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns mal an, wie wir hier vorgehen können, wie wir uns noch mit Hilfe der technischen Analyse noch Instrumente dazuholen können, um die Einstiege und Ausstiege etwas besser zu planen, damit du für dich das Beste aus der Börse rausholen kannst. Also, ich würde mich sehr freuen auf die Kontaktaufnahme. Du hast nichts zu verlieren. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen.